3 zu 0 in hoffenheim verloren ihr habt schon oft gehört fünfte niederlage in folge und seit sonntag sogar platz 17 ein direkter abstiegsplatz in der fußball bundesliga naja das war lange nicht mehr in hamburg geht die abschließ um das abschließ gespenst geht einfach um wie kommen wir da bloß wieder raus da können wir sagen wir müssen einen trainer haben wieder wie viele trainer wollen verschleißen nein hier sind die spieler hinterfragt es geht einfach nicht und dass die spieler während ihrer vertragslaufzeit mit irgendwelchen transfers kokettieren das ist ein schlag ins gesicht des hsv das ist also auch ein schlag ins herz der fans das bedeutet ja ihr seid mir nichts wert hauptsache ich und noch mal ich das heißt ab sofort müssen trainer und sportdirektor mit einer stimme sprechen spieler die wieder irgendwann mit einem spielerberater rumhampeln und sagen ja da kriege ich jetzt so viel und da und da ist doch das möglich und so auf die tribüne ich hab dann bleibst du mal eben eine zwei woche auf der tribüne ohne ansehen der person so und dann kann der rest sich da mal überlegen ob er endlich mal teamgeist an den tag legt denn so mit diesem querieren immer ja ich verdiene dies ich verdiene das quatsch das nächste ist diese louis vuitton taschen und so ein shit weg damit gibt ihnen hsv jute tasche mit hsv logo drauf wo alle fans mit rumlaufen zeigt endlich mal identcharakter hsv profis wir hoffen dass der trainer und spurte auf die spur kriegen gegen am sondern gegen hertha oder und darauf gegen braunschweig in braunschweig da ist eine ganz andere mentalität gefordert das heißt alle nebensächlichkeiten die nicht zum fußball gehören hinten anstellen nur so wenn ihr ein team und für unsere gewisse morgen wir treffen uns morgen auf dem hsv trainingsgelände im tegel so circa 16 uhr das war der blanke hans für hsv reporter die